Der Sha-Pei ist eine von der FCI anerkannte Hunderasse aus China. Der Rassestandard wird von der FCI verantwortet und entwickelt. Herkunft und geschichtliches Der chinesische Sha-Pei ist eine alte Rasse. Hunde dieses Typs existierten seit Jahrhunderten in den südlichen Provinzen Chinas am südchinesischen Meer. Die Rasse hat ihren Ursprung in Diyalak, einem Gebiet nahe Guangzhou. Sehr verbreitet war sie in der Stadt Diyahalat in der Provinz Guangdong. Die Rasse ließ sich anhand von Funden und Abbildungen bis in die Hahn-Dynastie zurückverfolgen und wurde seit Beginn ihrer Entwicklung nur von Armleuten gehalten. Meistens waren es Fischer und Bauern. Der Sha-Pei wurde damals in erster Linie als Wachhund gehalten. Viele Hunde wurden auch zur Jagd auf Kleinwild und Ratten eingesetzt. Daher zeigt diese Rasse auch ein gewisses Jagdverhalten. Der ursprüngliche Sha-Pei war in den 1950er Jahren fast ausgestorben. Seine Rettung verdankte er dem Züchter Matt Golo aus Hongkong. Laut diesem sollen 1971 noch knapp ein Dutzend Hunde gelebt haben. Auf einer Ausstellung in Hongkong wurde 1972 der Chinese Sha-Pei als Zucht aus chinesischen Hunden erstmals als Rasse vor- und ausgestellt. Bereits Anfang der 1960er Jahre wurde der Grundstock für die heutige Sha-Pei-Population durch Matt Golo und Chung-Shing-Wing geschaffen. Der Züchter Matt Golo aus Hongkong bat Anfang der 1970er Jahre die amerikanischen Hundefreunde ihm beim Erhalt dieser Rasse zu helfen. 1976 galt der Sha-Pei als die seltenste Hunderasse der Welt. Es wurden weltweit nur noch 145 Exemplare gezählt, wovon alleine 96 in den Vereinigten Staaten lebten. Allerdings unterscheiden sich die Sha-Pei von jener Zeit deutlich von denen, wie man sie heute kennt. Der heutige Sha-Pei ist maßiger, hat einen größeren Kopf und ist etwas kleiner als der ursprüngliche Typ. Die dreieckigen Ohren, die blaue Zunge, das harte Haar und die geriengelte Rute blieben jedoch erhalten. Laut 2010 veröffentlichten genetischen Analysen der Einzel-Nukleotid-Polymorphismen von 912 Hunden und 225 Grau-Wölfen gehören Sha-Pei zu den Hunden, bei denen starke Hinweise auf eine spätere Vermischung mit Grau-Wölfen in ihrer Geschichte gefunden wurden. Beim Sha-Pei wurden Hinweise auf eine Vermischung mit chinesischen Wölfen gefunden. Zugleich gehören Sha-Pei zu den Hunden. Welche von den meisten anderen untersuchten Rassen sehr stark genetisch abgegrenzt sind und als altertümliche Rassen bezeichnet werden. Innerhalb dieser Hunde gehören Sha-Pei zusammen mit dem Neugenia-Ding, dem Chow-Chow, dem Ding und dem Akita zur sogenannten asiatischen Gruppe Beschreibung. Auffällig an diesem bis großen Hund sind die vielen Falten, Hautlappen, Ankopf, Widerrist und Schwanzansatz und die sehr kleinen, anliegenden Ohren, Zungen, Zahnfleisch und Gaumen sind blau bis blau-schwarz. Sein Haar ist kurz, rau und borstig. Das Haar ist gerade und steht vom Körper ab, außer weiß sind alle einheitlichen Farben zugelassen. Die Rute wird eng gerollt oder über dem Rücken oder zu einer von beiden Seiten getragen. Die Welpen besitzen im Gegensatz zu Welpen anderer Rassen mehr überflüssiges Fell. Die Falten bilden sich zwischen der zweite und 16. Woche und der Hund wächst in sein Fell hinein. Die Falten sollten enger anliegend und nie übertrieben sein, sodass ein ausgewachsener Schab-Ei nur noch auf der Stirn und am Widerrist einige Falten aufweisen sollte. Schließlich wurde der Schab-Ei als vielseitiger Arbeitshund gezüchtet, der agil sein soll und nicht durch übermäßige Falten behindert wird. Punkt. Punkt. Der Name Schab-Ei wird irrtümlich mit Faltenhund übersetzt. Faltenhund ins Chinesische übersetzt, heißt Supigu. Die richtige Übersetzung für den Namen Shab-Ei-Gu heißt Sandhaut-Hund. Der chinesische Standard hat auf sehr malerische Weise das Aussehen des Schab-Ei beschrieben. Ohren wie Muscheln, die Nase wie ein Schmetterling, der Kopf groß wie eine Melone, Großmuttergesicht, der Hals wie beim Nilpferd, das Hinterteil wie beim Pferd und die Beine wie beim Drachen, Charakter. Der Schab-Ei ist ein Hund mit einem sehr individuellen Charakter. Er ist friedlich und freundlich unter der Bedingung, dass es auch die Menschen zu ihm sind. Zu Hause fühlt er sich im Kreis aller Familienmitglieder am wohlsten. Er liebt seine Familie, obwohl er eigentlich ein typischer Ein-Mann-Hund ist. Zu Fremden ist er sehr zurückhaltend und reserviert. Seine stolze Natur verträgt keinen Zwang, Schulung oder Dressur, obwohl er sich bereitwillig allen Kommandos fügt. Mit Geduld sanfter, aber konsequenter Erziehung erreicht man bei ihm sehr viel. Gegenüber anderen Hunden neigt er zu dominantem Verhalten. Pflege Der Schab-Ei benötigt keine besondere Pflege, er ist aufgrund seines kurzen Haares sehr pflegeleicht. Die Zucht ist heute bestrebt, die übermäßige Faltenbildung beim ausgewachsenen Hund zu vermeiden. Die ausgeprägten Falten der Welpen verschwinden im Laufe der Entwicklung und verbleiben lediglich noch im Schulter- und Kopfbereich. Ausgeprägte Falten bedürfen aber einer ständigen Kontrolle. Rassetypische Erkrankungen Eine rassetypische, vermutlich genetisch bedingte Hauterkrankung ist die idiopathische Mucinus. Des Weiteren ist derzeit eine große ausgehende Gefahr durch familial Schabhai-Fieber und Amyloidose gegeben. Der Genpool der Schabhai ist immer noch sehr begrenzt und bedarf seitens der Züchter eines großen Verantwortungsbewusstseins. Gepaart mit der entsprechenden Sorgfalt und seitens der Verbände sowie Rassezucht vereinen einer sehr genauen Kontrolle, welche Hunde verpaart werden dürfen, beim Schabhai sind verkleinerte rote Blutkörperchen physiologisch.